Ja und kurz vor dem Abflug begrüße ich Peter Altmaier noch bei uns im Studio. Herr Altmaier, Ihre Reise kommt plötzlich. Wen treffen Sie denn und was haben Sie im Gepäck? Guten Abend, Frau Hassel. Es ist eine Frage der Höflichkeit, dass man Antrittsbesuche macht bei den wichtigsten Verbündeten. Für mich sind die Amerikaner immer noch unsere Verbündeten. Und ich fahre in der Tat sehr zügig, weil die Zeit drängt. Ich möchte nicht, dass wir in einen Handelskrieg geraten zwischen Europa und den USA. Das wäre am Ende zulasten der Bürger in beiden Regionen, in den Vereinigten Staaten, in Europa, auch in Deutschland. Ich möchte, dass wir in Deutschland weiterhin Stahl zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren. Und ich möchte, dass das auch in den USA möglich ist. Die Gefahr liegt nicht bei denen, die sich anstrengen. Die Gefahr liegt bei denen, die zu Dumpingpreisen billigen Stahl aus Schrottwerken verkaufen. Führende Republikaner haben den Europäern geraten, etwas zur Besänftigung anzubieten, mitzubringen. Und deshalb habe ich gefragt, was haben Sie im Gepäck? Glauben Sie, das ist die richtige Strategie? Oder würde man dann Präsident Trump überhaupt erst ermuntern, weitere mögliche Erpressungsversuche zu machen? Nein, wir sind ja in dieser Woche in den USA. Ich zum Antrittsbesuch mit meinen amerikanischen Kollegen, den zuständigen Ministern, aber auch Cecilia Malmström, die europäische Kommissarin. Wir stimmen uns eng ab. Wir vertreten gemeinsame Auffassungen in allen wichtigen Fragen. Europa lässt sich nicht auseinander dividieren. Aber wir wollen gemeinsam den USA anbieten, dass wir über offene Fragen sprechen. Dass überall dort, wo sich die USA beschwert fühlen, wir das gemeinsam erörtern. Es gibt sicherlich auch Punkte, in denen sich die Europäer beschwert fühlen. Das Problematische an der jetzigen Situation ist, dass die Gefahr droht, dass wir in eine Spirale von einseitigen Maßnahmen kommen. Das widerspricht der Idee des freien Welthandels. Das wäre eine Abkehr von dem, was wir die letzten 60 Jahre gemacht haben, weltweit. Und deshalb müssen wir miteinander reden. Wir müssen uns nicht öffentlich kritisieren. Wir müssen versuchen, Kompromisse zu finden. Nun fordert die amerikanische Seite explizit ja auch mehr militärisches Engagement. Auch von Deutschland, wir haben es gerade gehört. Sind Sie denn bereit, überhaupt über sowas zu reden? Oder sagen Sie ganz klar, sorry, das hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun? Ich glaube, dass es da keinen direkten Link gibt. Aber richtig ist, dass sich die Europäer verpflichtet haben, bereits im Jahre 2014, damals war der heutige Bundespräsident noch Außenminister und Sigmar Gabriel, mein Vorgänger als Wirtschaftsminister, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, bis zum Jahre 2024 in Richtung auf 2%. Daran fühlen wir uns gebunden. Das kann man sehen an der mittelfristigen Finanzplanung. Und da bin ich mir mit Olaf Scholz auch einig, dass wir den Koalitionsvertrag Schritt für Schritt umsetzen. Und sowas zum Beispiel wie ein Ende der Importzelle für US-Wagen. Könnten Sie europaseitig, jetzt deutschlandseitig sich sowas vorstellen? Die jetzige Situation ist ja das Ergebnis von Verhandlungen in den 90ern. Und wenn auf amerikanischer Seite der Eindruck entsteht, dass es nicht fair, nicht ausgewogen ist, dann muss man darüber reden. Aber Angebote bitte nicht abends über den Fernsehbildschirm, sondern erst einmal, und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir miteinander reden. Ich habe mich sehr gefreut, dass alle meine Ansprechpartner spontan bereit waren, Treffen zu ermöglichen. Und ich werde alles tun, damit wir auf einen guten Weg kommen. Niemand weiß, ob wir bis Ende der Woche schon zu einem Ergebnis kommen. Aber ganz entscheidend ist, dass der Gesprächsfaden nicht abreißt und dass wir unsere europäischen und unsere deutschen Interessen selbstbewusst und auch freundlich vertreten. Herr Altmaier, Sie sagen es, niemand weiß, ob wir bis Freitag eine Lösung finden. Ich habe eben gesagt, die EU-Kommission scheint schon eher pessimistisch. Was denn, wenn nicht? Wäre die WTO für Sie der richtige Weg als Schiedsinstanz? Denn das dauert wahnsinnig lange und Präsident Trump blockiert die Besetzung zuständiger Schiedsgerichte. Was dann? Die WTO-Regeln müssen eingehalten werden von allen. Die USA und Deutschland haben die WTO gemeinsam groß gemacht, weil wir einen Schiedsrichter wollten im freien Welthandel. Aber es ist selbstverständlich, dass wir eben nicht warten, bis irgendwann in einigen Jahren Entscheidungen getroffen werden, sondern wir wollen eine einvernehmliche Lösung. Wenn wir uns umschauen in der Globalisierung, dann sind die USA und die Europäer nicht natürliche Gegner, sondern wir sind eigentlich eher Bundesgenossen. Darauf kommt es mir an. Und daraufher müssen wir Wege eröffnen, im Gespräch mit all denen in Washington, die dazu bereit sind. Herr Altmaier, ganz kurz, wer sind denn noch Ihre Ansprechpartner? Die Republikaner halten sich sehr zurück. Das Weiße Haus ist so aufgestellt, wie es ist. Wer sind Ihre wichtigsten Ansprechpartner? Meine Ansprechpartner ist die amerikanische Regierung, weil das ist die gewählte Regierung, das ist die Regierung, die die Entscheidungen trifft. Und ich bin der Sprecher und der Vertreter der deutschen Bundesregierung, zuständig für Wirtschaft und für Handel. Deshalb werden wir zunächst miteinander reden. Aber ich werde selbstverständlich auch andere Repräsentanten in Washington treffen. Ich möchte mir gerne ein umfassendes Bild verschaffen. Und ich kann Ihnen eines zusagen, das wird nicht die letzte Reise gewesen sein. Wenn wir ein gutes Ergebnis wollen, dann müssen wir uns auf einen Mittelstrecken- oder sogar auf einen Langstreckenlauf gefasst machen. Ja, und dass Sie vor der Reise noch zu uns gekommen sind, dafür danke ich ganz herzlich. Das wird sicherlich kein spannender Besuch. Herzlichen Dank. Das denke ich auch. Dankeschön. Danke. Danke.